So, der Soto bei Shadow Warrior Vargates. Wir sind bei Zilla endlich auf den Berg angekommen und er hat uns direkt mal in den Keller verbannt. Ist das nicht nett? So begrüßt man seine Gäste schon mal in Japan. Ja, wir müssen die Flüsterin finden und die hat dann wahrscheinlich den dritten Teil zum Spann, obwohl ich eigentlich dachte, dass Zilla ihn in der Hand hat. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was er eigentlich abgeht. Auf jeden Fall ist unsere Aufgabe, wie hier oben steht, die Flüsterin zu finden. Also, dann lassen wir die Gute mal nicht warten. Oh, shit. Oh, Gott. Oh, Wang, was zur Hölle. Du kannst nicht mal einen Knopf bedienen. Weißt du, wie ein Knopf funktioniert? Oh, Gott. Weißt du, wie ein Knopf funktioniert? Das bringt bei ihm halt mal rein, gar nichts. Aber dafür, das war ich umso mehr. Direkt mal die Schildfreunde wieder nach Hause schicken. Goddammit, geh auf damit. Ne, echt jetzt. Das ist voll nicht cool. Schon mal Katana am Arsch stecken gehabt? Du kannst nicht Nein sagen. Ich weiß, es ist wahr. Oh, ich weiß, es ist gelogen in dem Fall. Oh, Problem erledigt. Und du hast dich jetzt mal ganz blöd in die falsche Richtung gedreht. Das sollte dir halt nicht passieren, bei einem Kampf auf Leben und Tod. Wenigstens die Perlenkette sitzt. Was ist das Wichtigste bei euch? Okay. Ist es tot? Hey. Hallo. Herr Torso. Ne, jetzt echt mal. Das ist wie, wenn man ein Hühnchen in den Kopf abschlägt. Und es dann auch runter ins Dorf brennt. Okay. Wir lassen dich mal alleine. Scheint es ganz gut klar zu kommen. Also in dem fucking Käfig war die Flüsterin drin. So viel steht fest. Die Frage ist, wo ist der Käfig jetzt hingefallen mit der Flüsterin? Irgendwo da lang. Warte. Hallo. Ach, du schon wieder. Warte mal. Das ist nicht die Waffe, die ich will. Ich glaube, von Flammenwerfen würde ich nicht so beeindruckt sein. Er bleibt genau so. Wie ein Model. Noch mal in Pause legen, bitte. Wunderbar. Du hast es, Baby. Du liebst die Kamera. Die Kamera liebt dich. Komm, put, 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 put. Ja, jetzt aber. Stattstatt mal ein bisschen zu nah dran. Hab selber noch was abgekriegt. Aber was soll's. Was mache ich nicht alles für explodierende Ärsche? Warte mal, bevor ich da lang gehe. Gibt es hier überhaupt noch irgendwas? War ich hier schon mal? Ja, war ich schon mal. War ich hier schon mal? Keine Ahnung. Vielleicht. Wahrscheinlich sogar. Echt jetzt? Oh, shit. Ne, aber voll nicht. Das mache ich jetzt nicht. Zeigen sich nicht so wirklich beeindruckt von meiner Schro... Oh, shit. Von meiner Schroffwinde. Am besten da, wo du herkommst. Oh, oh, Jesus. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Von allen Seiten kommen sie wieder angespawnt aus dem Boden. Natürlich war's das noch nicht. Oh, Gott. 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 Das ist wie wenn ihr nicht pfeifen könnt, aber jemand kann's und ihr... Ihr wisst nicht, wie macht ihr das? Aber er kann's. Ich krieg's nicht hin. So in der Art ist es wahrscheinlich, ein Shotgun mit einer Hand abzufeuern. Sobald es wäre wahrscheinlich noch einfacher, mir Leuten pfeifen beizubringen. Sagen wir so, es gibt wahrscheinlich viel mehr pfeifen auf der Welt, als Leute, die pfeifen können. Ja, ich glaub, das klingt richtig. Ich sollte vielleicht, ich überleg' gerade, als allererstes den hier angreifen. Baraka Bitches? Nein, ich mach' aus den Baraka Bitches weg. Oh, Jesus. Das geht auch relativ schnell. Yes, yes, nice, nice. Am besten gleich liegen. Mach's dir gemütlich. Find's halt auch geil, dass du wirklich über die anderen Gegner auch drüber rennen und die halt umwirfst, wenn's dummläuft für die. Die dann halt auch meinen Angriffen einfach mal, äh, komplett ungeschützt gegenüber meinen Angriffen sind. Ich muss näher an der Wand dran. Wobei, das hat auch schon funktioniert. Ich kann eigentlich mal sehen, dass ich nur zum Springen bringen. Ich hätte Katzen-Spielzeug mitbringen sollen. Oh Gott. Das ist halt auch ein Anblick, wenn du irgendwie so ein Vieh auf dich zuhoppest. Wie ein Rennpferd. Also jetzt ohne böse zu sein, wenn du ein Rennpferd wärst, wird nicht auf dich wetten. Was ist das, wenn der Reiter neben dir einen verdammten Raketenwerfer hat? Dann hast du verschissen und ich hab all mein Geld verloren. Wie, als wenn ein Rennpferd eine Rakete aushält. Ja, Kevlar-Rennpferde. Schau, es ist nichts persönliches. Ich habe nur... Ich habe keine Wahl hier. Ich weiß nicht, ob ich... Sie steht da so creepy da. Genug auf ihren Hintergestart. Weiter geht's. So, was? Achso. Ich dachte, die springt jetzt. Irgendwie springt mich an, wenn ich... ...nah an sie rankommen, aber... ...nah an sie rankommen. So, was ist das? Ich habe nie gedacht, dass es so passiert, wie das so ist. Ich habe immer glaubt, dass mein Zeitpunkt kommen. Dass ich, Zing, verletze, Enra und regiere den Schädel-Räumen. Ehe nach ehe, ich habe gesehen, Hoji verletzten seine Potionen nach deinem Tür. Ich habe mich nicht mehr geholfen, um sich zu Hause zu Hause zu retten, damit die Reine der Tears nicht überrascht werden. Aber Oji schloss mich nicht. Und als Enra mich geholfen hat, Oji zu mir eine Chance, um die Enra zu stehen zu lassen. Eine Chance, die ich lange erwartet. Aber Oji auch mich verletzte. Meine Ambition hat mich überrascht. Ich zeigte euch die Phallust-Fallust-Invention mit dem falschen Schmuck eines Serpents. Er sagte, dass du länger schlappst, nicht für immer. Und ohne deine Teile, unsere Welt begann zu drehen. Die Lurde Enra nach dem Tempel. Wie wir planen. Das Heilige Grund wurde durch meine Armour verletzt. Ich will nicht. Ich hätte ihn verletzt, wenn es nicht aus dem Zoo gewesen wäre. Der Leib. 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 Meine Schleifte wurden fertig. Aber Hoji nicht konnte sein. In seiner Schmerz, er würde unsere Welt sterben. Und er würde dich noch niemals schlafen. Hoji verletzt meine Lust für Kraft. Für das kann ich niemanden, außer mir. Und jetzt, Enra hat mich eine Chance, um diese Erinnerung zu schlafen. Eine Schmerzliche Lösung für ein Krieger. Aber es wird dir helfen, die dir zu retten. Für dich. Und das ist alles, was wichtig ist. Der Leib guarding der Erinnerung kann, ich kann auch nicht leiden. Holy shit. Diese epische Backstory von diesem Spiel. Das immer mal wieder einblenden. Zwischen diesen Schnetzel-Parts. Ich mag diesen Zeichensteal, den sie hier einfach mal reingebaut haben ins Spiel. Also Respekt. Die Cut-Scenes, da haben sie sich wirklich extrem viel Mühe gegeben. Kann man nicht meckern. Und jetzt geht es weiter mit Kapitel Nummer 15. Wüsste ich doch, wie ich loswerde. Das war schön. Schau mal, wo wir dieses Mal angelangt sind. Oh, bei Hoji's Labor? Okay, cool. Schauen wir uns das mal an. Ich glaube, ich habe einen Sonnenbrand. Wie sehe ich denn aus? Was ist das denn? Sehen bei euch die Straßenlampen so aus? Das ist voll cool. Ich finde es voll cool, wenn Straßenlampen so aussehen würden. Hopp. Oh, okay. Okay. Huh? 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 Wer bist du? Du bist derjenige, der verletzt wurde. Und du bist derjenige, der zu sagen kann. Mein Name ist Zing. Wie lange hast du hier so stehen? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe, dass ich in meinem Erinnerung habe. Du sagst mir dein Name? Es ist Lo Wang. Ich schaue Hoji. Hoji? Ich habe das Name nicht gehört in lange Zeit. Er wurde verletzt. Er ist zurück. Es ist kompliziert. Ich bin nicht mehr in meine Melodramas in meiner Familie. Aber ich kann dir zeigen, dass er seine Arbeit ist. Und vielleicht du kannst du ein bisschen mehr... Stimuliert. Alles klar, dann. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Entschuldigung. Reflex. Ich war ein Scheiß. Ja, ich kann... Empathize. Tragen wir jetzt den Kopf mit uns rum? Wir tragen die ganze Zeit den Kopf mit uns rum. Das ist auch mal ein Anblick, den man selten hat in dem Spiel. Okay. Äh, Kopf. Zeige mir den Weg. Wahrscheinlich da lang. Das ist relativ offensichtlich. Besser mal die Klappe halten, wer weiß. Mit dem Taxi. Hm. Im Taxi. Äh, nette Unterhaltung mit dem Kopf in Hand. Das sieht gut aus. Was? Das klingt ja schon strange. Das ist cool. Das Level-Design ist echt gut bei dem Spiel. Also muss man wirklich mal sagen. Gerade diese Höllen-Szenerie, sag ich jetzt mal. Das kann ich machen. Das kann ich machen. Ja, gut. Gute Nacht dann. Das war strange. Okay. Ja, lass mal da reingehen. Das ist Holji's Labor. Sieht fast so aus. Ach, schau mal, wer da vorne auch schon ist. Visitors? At this hour? Ich bin nicht mehr. Gib ihm deine Schwung. Ich finde es kathartisch. Vielleicht will du auch. Okay. Du wirst ein bisschen strange. Was ist alles los mit dir? Was ist das? Meth? Grüne Snuff. Warum auch nicht. Äh, okay. Das muss ich auch sammeln. Ich habe deinen Bruder, Zing, oder Teil von ihm. Ah, poor Zing. Ein vorlorenes Instrument von meinen schuldigen Affaires. Much like you. Ich wünsche, ich konnte, wie sorry ich bin zu beiden von dir. Ich zehre den seltsamen Teil auf dem Alter. Welcher Altar? Au. Au. Au, du... Oh, shit. Hoppla. Ich dachte, das wäre irgendwie so... Also hochsteigen, als ob du besser mit ihm reden kannst. Ich habe mich auf dein Altar getreten. Das ist ein Stück von der Flüsterin. Kann das sein? Noch ein seltsamen Teil. Nicht, doch, doch dieses Ding. So, Enra ist ein kleines Servant, jetzt. Ein kleines Tast an dem, ja, Herr, nein, Herr. Er wird meine Fehler verletzen. Ich war nicht in einer Position, um zu bergen. Warum hast du sie in der ersten Zeit gebrochen? Ich... Ich wollte, die Welt zu verbrühen. Ich weiß nicht mehr. Es hat mich in diesem Land gebrochen. Oh, well, ist das nicht einfach? Da hast du dein, was auch immer das ist. Lebensstein. Nicht mal ein seltsamen Teil. Okay, ja, dann helfen wir ihm mal Basti. Wollen wir nicht. Aber ich sehe nichts mehr rumliegen. Nimm den seltsamen Teil auf. Vor allem den seltsamen Teil? Das seltsame Teil eigentlich, oder? Das klingt voll doof, wenn... Je öfter ich sage, desto bescheuerder klingt es für mich. Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Ja, gut. Den Teil? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wo ist der Teil? Das ist der Teil der Kopf. Das ist nicht sein Kopf, oder? Ich wecke ihn jetzt nicht schon wieder auf. Nein, das ist nicht der Teil. Ja, ähm... Und ich würde gerne helfen. Ach, hier. Lag das gerade... Was hast du gemacht? Ich bin sorry, aber... Ich brauche, die tie zwischen uns. Enra ist richtig. Was hast du gesagt? Wenn du das fertig bist, was das ist, dann gehen wir nach Zilla. Ich habe das, was ich gemacht habe. Und unsere kleine Reise zusammen. Was ich dachte? Jetzt weiß ich das. Und ich muss es ausfüllen. Und beginne ein neues. Das klingt gar nicht so schlecht. Ich weiß trotzdem nicht, was ich davon halten soll. Ich stell dir damit jetzt an. Noch mal ein seltsam Teil? Nein. Oh, okay. Jetzt gehören wir rüber zu ihm. Was? Was zur Hölle machst du? Es ist nicht für den Servanten, zu bergen an der Arbeit. Ich habe mein Platz gelernt. Nach dem Blut zerbaut, werde ich dich nicht mehr kennen. Ich weiß dich nicht. Geh. Für deine eigene Schutz. Also, das ist das, wie du schaffst deine Probleme hast? Der große Eraser? Unsere Todes sind auf uns auf dem Blut zerbaut. Bist du das! Was? Du schützt deine Frau und schützt deine Welt. Das ist schützt! Aber die Vergangenheit wird überhaupt nicht richtig machen. Wenn ich folge deinen Weg, meine Welt wird sterben. Hilf mir mit Zilla. Wir finden eine Art, um deine Frau zu schützt und zu stoppen die Enra für gut. Wie? Oh, wir werden jetzt anfangen zu haben, um die Aktionen zu machen? Ich kann mich runtergehen, aber ich werde nicht runtergehen auf die Enra. Ja! Jawohl! Ja, so kenn ich dich. Ich wünschte, dass ich dich wusste. Ich versuche dich zu deinem Wort, Lo-Wang. Stoppen Zilla ist nur ein Grund, um ein Ende zu stoppen. Ich muss sie und den Regeln schützen. Okay. Aber wir müssen zurück. Jetzt. Step outside! Oh, okay. Da ist auch irgendein komischer blauer Strudel, der mich wahrscheinlich irgendwo hinbringen wird. Und in den treten wir aber nächstes Mal. Schau mal, wo es lang geht. Bis dahin. Haut rein! 32 Abs